Herr Beuder-Mottage, die Schweiz ist ein säkulärer Staat und zu religiöser Neutralität verpflichtet. Werden eigentlich alle Religionen gleich behandelt? Die Religionsgemeinschaften haben natürlich die berechtigte Erwartung, dass sie gleich behandelt werden. Die religiöse Neutralität als solches verpflichtet aber eigentlich nur dazu, nicht einseitig Stellung zu nehmen zu den Positionen von Religionsgemeinschaften und Konfessionen. Es geht darum, andere nicht einfach in ihren Anschauungen auszuschliessen. Nun ist Religion in der öffentlichen Wahrnehmung wichtiger geworden. Muss der Staat jetzt seine Rechtsordnung ändern? Er muss seine Rechtsordnung zumindest schrittweise anpassen an die neuen religionssoziologischen Gegebenheiten, sonst verliert die Rechtsordnung an Akzeptanz in der Bevölkerung und namentlich bei den Betroffenen. Es gibt Bereiche, wo das bereits geschehen ist, im Schulwesen, bei der Anstaltseesorge, beim Friedhofswesen. Es gibt andere Bereiche, wo das vielleicht noch getan werden muss. Es muss zum Beispiel eine Diskussion darüber geführt werden, was mit den Kirchensteuern juristischer Personen ist, ob die vielleicht nicht auch anderen Religionsgemeinschaften als den heutigen zugutekommen soll. Wie sieht es aus mit der Anerkennung von neuen Religionen? Auch das wird eine Frage sein, die auf uns zukommen wird. Kann man denn Islam öffentlich-rechtlich anerkennen und wenn ja, unter welchen Bedingungen? Das ist eine Frage, die sich bald stellen wird. Inwiefern ist der Staat auf Religionen überhaupt angewiesen? Der Staat ist in mehrfacher Weise auf Religion angewiesen. Sie erbringen soziale und kulturelle Leistungen, nicht nur für ihre Mitglieder, sondern auch für die Allgemeinheit und davon profitiert der Staat auch. Sie sind auch Träger und Vermittler von Werten, wie zum Beispiel soziale Gerechtigkeit und Frieden. Das sind Anliegen von ihnen und auch das ist etwas, was für die Gesellschaft und auch für den Staat wichtig und wertvoll ist. Das ist ein Anliegen von Werten.